Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Stift? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so einen Prüfschluss. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so einen Prüfschluss. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so einen Prüfschluss. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so eine Stiftung. Tja, also, ich habe meistens so einen Prüfschluss und meine Tja, aber ich habe meistens so einen Prüfschluss im Gegner zu werden. Untertitelung des ZDF, 2020